Es war ein tragischer Abgang von der großen europäischen Bühne, den Gianluigi Wofo vergangene Woche erleben musste. Beim 3-1-Sieg von Juventus Turin über Real Madrid entschied ein umstrittener Elfmeter in der letzten Minute über das Weiterkommen. Wofo beschwerte sich so lautstark und ausgiebig über die Schiedsrichterentscheidung, das ihn Referee Michael Oliver mit Rot vom Platz stellte. Cristiano Ronaldo verwandelte anschließend den Elfmeter und Juventus schied nach einer großen Aufholjagd doch noch aus. Es war das letzte Spiel von Wofo in der Champions League, dem Wettbewerb, den er trotz drei Finalteilnahmen nie gewinnen konnte. Doch noch nicht Schluss. Im Sommer läuft Buffons Vertrag bei Juventus aus und der 40-Jährige wird sich in den Fußball-Ruhestand verabschieden, dachte zumindest jeder. Denn jetzt versucht der argentinische Klub Poker Juniors offenbar, den Italiener zu verpflichten. Wie die britische Daily Mail berichtet, sucht der argentinische Top-Klub einen erfahrenen Torwart, der dem 22-jährigen Agustin Rossi zur Seite gestellt wird und den Konkurrenzkampf anheizt. Denn in Südamerika beginnt im Sommer die entscheidende Phase in der Copa Libertadores der südamerikanischen Champions League. Und die wollen die Boca Juniors gewinnen. Tevis als Vermittler eine besondere Rolle kommt dabei angeblich Carlos Tevis zu. Der soll den Vermittler spielen und Buffo nach Südamerika lützen. Tevis und Buffo kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Juventus gut. Deswegen erhoffen sich die Verantwortlichen, dass Tevis sein Kumpel zum Weitermachen überreden kann. Für Buffo, der nie außerhalb Italiens gespielt hat, wäre es noch einmal ein großes Abenteuer und die Chance, mit einem Verein doch noch den größten kontinentalen Wettbewerb zu gewinnen, auch wenn es nicht die Champions League ist. Video schwierig, sich in Barcelona einzuleben, flüchtet Dembele zu Arsenal. Bis zum nächsten Mal.